Hallo zusammen, es ist uns ein grosses Anliegen, uns für das Thema Blutspende zu engagieren. Darum nehmen wir die Kampagne Missing Type teil. Unter dem Motto, erst wenn es fällt, fällt es auf, haben wir rund um eine Welt Blutspendetage auf der Webseite und auf Social Media Buchstaben A, B und O stellvertretend für Blutgruppen O entfernt. Das, um die Bedeutung der verschiedenen Blutgruppen und der Blutspende hervorzuheben. Wir möchten dich herzlich dazu einladen, am 19. August in das Stadion Wankdorf zu kommen und der vierten Ausgabe der Aktion Einbespenden Blut teilzunehmen. Hilfe damit, dass die Spitäler in der Region Bern ausreichend mit Blut versorgt werden. Merci vielmals für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal.